Am Freitagabend durfte ich das bei einer großen Übung der Feuerwehr in Späthalm sein. An dieser großen Übung nahm teil die Feuerwehr aus Bayer, Boxheim, Kirchfeld, Grafenreinfeld, Bernett, Sennfeld, Späthalm und Röselheim. Folgende Szenarien wurden angenommen. Ein Hallenbrand mit einem verunfallten BKW, ein BKW von einem Stabler eingeklemmt, ein BKW gegen eine Gefahrgut-LBW-Gefahr und mehrere Personen angekündigt. Auch die Einsatzkräfte von Johann Nidda und ASB waren dabei und versorgten die Verletzten nach der Berge. Die Bilder zeigen eindrucksvoll die Leistungskraft unserer Feuerwehr und unsere Versetzung geben. Untertitelung des ZDF-LBW-Gefahrt Untertitelung des ZDF-LBW. Untertitelung des ZDF-LBW-Gefahrt 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 Die Räume ist in der Nähe von der Räume. Kaffee Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020